Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Elder Scrolls 3 Geheim Nachdem wir jetzt die Hauptquest des Hauptspiels gespielt haben, werden wir uns einem der beiden Addons widmen Und ich kann direkt sagen, es ist meiner Meinung nach das beste Addon zu Morrowind Und nicht nur das, sondern auch eines der besten Addons zu einem Spiel, die ich je gespielt habe Vom Umfang her, von vielen Dingen her, das werden wir noch sehen Okay, wo bin ich? Wie kommen wir da rein? Ich möchte nach Altruhen Wie ging das? Rei, oder? Ja, es ist etliche Monate her, insofern werde ich mich hier wahrscheinlich noch ein bisschen vertun Aber Altruhen müsste ich so erreichen Oder aber Molagmar, ja, ich wusste es Hallo Molagmar Übrigens, irgendwie passiert hier nicht viel Man könnte meinen Hm, aber ne Molagmar, da ist man irgendwie fast nie Ich hab mich vorbereitet Ich hab, ich war beim Schmied und hab Sachen reparieren lassen Ich hab mein Inventar aufgeräumt Und das war's eigentlich Ich hätte eigentlich nur sagen sollen, ich hab mich vorbereitet, das klingt professioneller Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an Ja, wir werden nach Altruhen gehen und werden dort eine Quest anholen, die uns direkt dorthin führt, wo das Addon spielt Falls ihr es übrigens nicht gemerkt habt, ich hab mir grad alles versaut Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an Denn, ähm, ich dachte mir mit dem ganzen Geld, das ich mit mir rumschleppe Wird es ein bisschen langweilig Deshalb hab ich mein Inventar gekürzt Und ich werde dorthin, wo das Addon spielt Irgendwo hier Ähm, werd ich Ich werde dort bleiben und auch nicht auf die Insel zurückkehren, um irgendwelche Dinge nachzuholen Ist einfach meine Art, dieses Addon zu spielen Ich sehe es als eine große Expedition an Ich höre eure Worte Hallo Bauch Kampf Was? Beauchamp Oh, ähm, seid gegrüßt zum Gruß Das heißt, schön euch zu kennen Hm, kennenzulernen, Marco Einen Moment dachte, dachte ich Ihr wärt der Kurier mit einer Botschaft Das heißt, mit Kunde vom, äh, Windschiff Wartet Ist es das? Dort oben, im Himmel, dort Oh nein, es ist nur ein, ähm, ein Klippenläufer Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es die noch gibt Ähm, äh, ja, ähm, Windschiff? Ich habe ein Windschiff gebaut Ein ganz, ähm, schönes, wenn ihr erlaubt Einige, ne, ich, ich verbiete dir das Einige aufgelesene Dweb-Ausrüst-Teile Ein paar, äh, lang anhaltende Levitations-Tauber Sehr schlau Geniale Idee, ich weiß Hab sogar eine Truppe, äh, Grev nennt man sie wohl Angestellt Sie sollten weit fliegen In den Norden Weg von all dem Staub Nach Solz-Teilen Ich habe sie bezahlt Ziemlich gut sogar Sie sollten das Rotmund-Hügel-Grab und dort einen gewissen, äh, Gegenstand suchen Junge, du verwirrst mich Bla, bla, bla Ist ein Grab eine Kruft? Man sagt, es liege am Auge des Wolfes Es gibt da eine Formation Stein, Eis, so ein Zeug Sieht wie ein Wolf aus Der Wolf, den Rotmund getötet hat Er soll, ähm, am Wolfs-Auge begraben sein Es ist nur vom Himmel aus sichtbar Oder von einem Windschiff Darum habe ich es gebaut Bau das Windschiff Heuere die Crew an Und die finden das Grab und das Amulett Und bringen es mir Perfekter Plan, dachte ich Amulett? Och, du nervst Äh, ich werde dir helfen So, ein Windschiff hat er verloren Und wir sollen es finden auf der Insel Solz-Time Das ist richtig Wir spielen heute das, äh Oder heute, was heißt heute Für die nächsten paar Jahre wahrscheinlich Das Add-on Solz-Time Das zweite erschienene Add-on Steht von der Story her In keinem direkten Zusammenhang mit Morrowind Das heißt, wenn ihr das Morrowind-LP Nicht gesehen habt Erstens Tragt ein Kreuz bis auf einen Berg Und hängt euch dort auf, bitte Und stecht euch nach eurem Tod ins Herz Mit einem Speer Aus eben Herz Und zweitens Könnt ihr dann hier sozusagen nochmal einsteigen Beeilung, Beeilung Letztes Boot nach Solz-Time Bis das nächste kommt Wir sind, ähm In Kuhl In Kuhl ist der Anlegehafen zu Solz-Time Und dort möchten wir hin An die Eisfalterfestung Von der haben wir auch schon ein paar Gerüchte gehört Dort soll es verdammt kalt sein Hallo Eine neue Landschaft Willkommen in Solz-Time Dem Juwel des Nirgendwo Ein erbärmlicher Ort Selbst für Warmbüter Wenn ihr wieder weg wollt Bringe ich euch gern zurück Nach Wadenfeld Wenn ihr jedoch bleiben wollt So sprecht mit Hauptmann Karius Auf der Eisfalterfestung Hauptmann Karius Ist hier der Kommandant Kein übler Mann Aber ein Narr Weil er diesen Ort nicht verlässt Wenn ihr wegen der Kolonie hier seid Dann ist Kanius Magius Der richtige Mann für euch Ihr findet ihn im Schreien Des kaiserlichen Kultes Alles was ich verlange Stiefel sind Wie schwer das kann sein Ich weiß es nicht Aber Hier stehen drei Leute Die können wir erstmal ignorieren Denn die sagen uns nichts Die sagen nur bla 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 Wir wollen nicht mit euch sprechen Weil ihr stinkt Was wollt ihr? Wendet euch an Hauptmann Karius Sprecht mit ihm Wenn ihr Arbeit sucht Geht euch die Quartiere Bis ihr zur Südtreppe kommt Seine Kammern Befinden sich im dritten Geschoss Dort findet ihr ihn Wenn ihr wegen der Kolonie hier seid Dann redet mit Kanius Magius Ich weiß nicht was ich tun soll Ich würde sagen Wir gehen zum Hauptmann An dieser Stelle noch ein kleines Kleines Wort von mir hier Ich habe vor Solstheim wirklich komplett zu machen Und mit komplett meine ich 100% Wenn ihr euch die Landmasse anseht Es ist nicht so viel Es ist machbar In 100 Folgen bestimmt Und die Sachen die wir noch Auf Wadenfeld zu tun haben Ich würde sagen Die können warten Das Dringende haben wir ja getan Hallo Wache Mit dir wollte ich gar nicht reden Im dritten Geschoss Quartiere Bis sie an die Südtreppe kommt Südtreppe wäre hier Und im dritten Geschoss Soll er dann sein Eins Zwei Äh 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 Vier Draken Ich brauche Draken Ich habe nur noch 900 Karius Kammern Okay Wir haben ihn Den Hauptmann der Wache von Solstheim Mal sehen was hier abläuft Ja Was kann ich für euch tun Ich bin Hauptmann Falks Karius Befehlshaber der Eisfalterfestung Die sagen was Sinnvolles Blood Moon hat eine Sprachausgabe Wenn auch nur sehr Rudimentär Äh Ich habe mich sehr toll vorbereitet Ihr seht schon Ich bin komplett wieder draußen Ich bin es echt nicht mehr gewohnt Ähm Das wird sich noch Geben Untertitel bitte Ja Was kann ich für euch tun Ich bin Hauptmann Falks Karius Kommandant der Eisfalterfestung Und hässlich Offensichtlich sind wir eine Festung des Kaiservolks Meine Soldaten haben alles was ihr braucht Abgesehen von den Dingen die ihr benötigt Zu den Besten des Kaiserreichs Gezählt zu werden Was Habe ich den Sinn des Textes jetzt gerade total Durcheinander Ich bin Marco Die Insel Solstheim ist jedoch nicht der einfachste Einsatzort Und manchmal macht sie die Männer gereizt Oh Gereizte Männer Wie schon gesagt Dies ist ein schwieriger Posten Die Soldaten leben getrennt von ihren Familien Und müssen harte Bedingungen aushalten Zugegebenermaßen Wurden die meisten der Männer zur Strafe Für irgendein Vergehen auf diese Insel geschickt Und die sind nicht unbedingt die besten Soldaten Trotzdem Bis vor kurzem hatten sie ihren Dienst zufriedenstellend ausgeführt Und nun das Wetter Aber in letzter Zeit habe ich von beunruhigenden Entwicklungen gehört Bitte? Mit Sicherheit Die Männer waren ruhelos und haben sich mehr als sonst beschwert Sie waren nachlässig in der Ausführung ihrer Pflichten Ich spüre einen großen Unmut unter ihnen Während die Stimmung so schlecht wie nie zuvor ist Erinnert mich an Stino Crisis LP Sehr schlecht Das ist nicht normal Mein Instinkt sagt mir Dass es jemanden unter meinen Soldaten gibt Der diese Unzufriedenheit anstachelt Und ich möchte nicht wissen, wer dies ist Aber ich möchte wissen, wer dies ist Sie werden mir nie sagen, wer der Übeltäter ist Als ihr Vorgesetzter muss ich leider angemessene Distanz Zu diesen tapferen Soldaten halten Jedoch könnten sie willens sein, mit euch zu reden Macht ihr die aber Arbeit Ich stehe nur hier rum Versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen Erstattet mir Bericht, wenn ihr etwas in Erfahrung bringt Jo, und ich würde sagen, das machen wir Ähm, in der nächsten Folge Denn hier stimmt gerade was nicht Bis dahin Ciao Dann geht's weiter mit Solstheim Mit The Elder Scrolls 3 Bloodborne 2 2 ich habe mir S protected und ich kann es nicht Ich habe mir Everyone Ich habe mir Ok Und ich kann es nicht Ich darf mich